Der Tag des Aufbruchs. Um Europa. Vorher war es noch die Welt, aber Europa tut es auch. Minuten vor der Abfahrt. Da haben wir hier ein paar Details. Annikas Rad. Hauptsache, wir kommen wieder zurecht und gut zurück. Sollte mal nachstellen. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüssi. Auf diese Weise kommen wir noch mal ein bisschen näher an euch ran. Da macht man was mit bei dieser Chaosfrau. Also wenigstens wird es nicht langweilig. Sehr schrecklich. Stell vor, so eine langweilige Träger. Scheiße. Das willst du auch nicht. Tschüssi. 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 Tschüss. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020